Was auch immer, willkommen zu einem ganz kurzen Video. Ich werde jetzt hier auch nicht so rumdrücken oder so. Na komm, drück mal hier mal da drauf. So. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin an nichts mehr anderen zu machen, außer mir die Hand vor den Mund zu halten, weil ich hust muss oder nach rechts oder links zu greifen und mir ein Taschentuch zu nehmen. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes mehr. Ich werde jetzt noch eine Folge hochladen, die ich gestern aufgenommen habe. Und wenn es mir dann einigermaßen wieder besser geht, dann werde ich auch, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Also jetzt werde ich erstmal die Folge hochladen, dann werde ich mich ausruhen und dann werde ich eine andere Folge aufnehmen. Wenn es mir dann wieder besser geht, was ich hoffe. Und dann wird die vielleicht heute noch kommen. Wenn nicht, dann erst morgen. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Adios.